Hallihallo, liebe Ramazamba TV-Freunde! Videoaktions-Deal-Zeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben euch die Tage gefragt, was haltet ihr denn von diesem Artikel und was darf der kosten? Im richtigen Leben hat der mal fast 50 Euro gekostet. Das Ganze haben wir als Posten geschossen, paar hundert Stück, und haben den heute im Deal. Das Ganze ist eine Lichterkette 500 LEDs, 11 Meter lang. Alle Fußballfreunde wissen, wie viel 11 Meter ist und wie schwer das ist, den Ball dann ins Tor zu kriegen, mit App-Steuerung. Man kann mit dieser App diese wunderbare Lichterkette, wir haben sie hier mal angeschlossen, mit 5 Meter Zuleitung und 11 Metern Länge. 500 LEDs, hier mal angeschlossen. Ich mach mal das Licht hier aus, damit man mal sieht, wie hell das Ganze ist. Also das ist eine richtig lange Lichterkette, man kann sich damit einwickeln, man kann den Baum anwickeln, den Zaun, man kann damit alles machen. 11 Meter lang, 5 Meter Zuleitung und nochmal, ich mach hier mal wieder das Licht an, wunderbar übers Handy zu steuern. Heute hat jeder sein Handy in der Hosentasche. Man geht hier einfach auf Funktion, sagt hier Helligkeit, ich möchte es ein bisschen dunkler haben, ich möchte es medium haben, ich möchte es heller haben. Dann geht man wieder zurück und sagt zum Beispiel Timer. Dann kann man die Timerzeit einstellen. Wann will ich, dass das Ding angeht? Wann will ich, dass das Ding wieder ausgeht? Kann man unendlich dazu führen. Man kann Blitzfunktionen machen, hier Disco, oder einfach nur langsamer Blitz. Man kann das Ganze sprachgesteuert machen, wenn man dann miteinander spricht, Musik an hat, Jingle Bells läuft, dann kann man das machen. Kann es aber auch als Partylicht benutzen. Oder man kann hier verschiedene Funktionen einstellen. In dieser App, die App ist kostenlos, einfach runter. Machen wir mal hier. Guck mal, Laufband, da geht es in einem Stück. Oder man macht einfach Standardlicht. Kann dann eben die Farbe des Lichtes einstellen. Kaltweiß, Warmweiß oder so Bernstein. Also vom Allerfeinsten. Lange, kurzer Sinn. Diese Lichterkette, haben wir gesagt, kostet mal um die 50 Euro. Online kriegt man sie vielleicht für 20, 30 Euro. 30 Euro so ungefähr. Wir machen folgendes. Eine und eine zweite. Also 1000 LEDs. Man kann übrigens bis vier Sets in die App mit reinmachen. Bei Handys von Samsung und bei Apple Handy sogar 8 Stück. 20 Euro. Und zwar nicht pro Stück, sondern zwei Stück. Das ist unser Deal oben, unten, vorneklicken und wenn weg dann weg. Tschöööö. Vielen Dank.